Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Brossia Dortmund. Bundessicher 2012-2013, 19 Spieltag. Brossia Dortmund gegen R17 Nordberg. Endgibnis 3 zu 0. Start 11, Brossia Dortmund. Waltenfeller, Piszczek, Philippe, Zandana, Hummels, Spieltag, Gundogan, Gil, Blakarveski, Mario Götze, Marco Reus, Robert Lewatowski. Start 11, R17 Nordberg. Schäfer, Kander, Nilsson, Klosi, Bina, Benola, Beltrisch, Simonis, Flau, Heuliner, Gebrach, Gikotake, Petrakart. Das war's von Brossia Dortmund gegen R17 Nordberg. 22.03 Uhr, Wetter in Bankerheim, 12 Grad.